Hi, na? So erledigt ihr eine von Coras Aufgaben im Handumdrehen. Musst du die Leute kaufen? Ja, es sind ja noch 19 Leute, muss ich hier kaufen, guck. Kann ich eigentlich sagen, verp*** dich und kann ich sie dann neu kaufen? Moment, geht das? Äh, geh weg. Kann ich sie nochmal kaufen? Hat das gezählt? Es hat gezählt, okay. Auf Wiedersehen, Gold. Es war schön, dich gekannt zu haben. Folgendes. Hi. Na? Hi. Na? Moment, 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 Moment. Das kostet nicht mal extra Gold. Ha! Also, Leute, ich habe den Hack gefunden, wenn ihr hier Coras Aufgabe machen wollt. Einfach Roboter kaufen. So, kündigen, neu machen, kostet kein extra Geld. Das freut mich. Das ist schön. Hallo, Leute. Wenn ihr auch Coras Aufgabe machen möchtet und ihr seid alleine und habt nicht die Chance, Leute wiederzubeleben, wie es in der Aufgabe verlangt wird, könnt ihr euch auch einfach einen Burgerbratter kaufen und ihn dann kündigen. Und dann zusehen, wie er wegläuft. Und dann normal kaufen. Ohne extra Kosten. Das ist ja voll toll. Das müsst ihr dann 20 Mal machen. Und dann habt ihr die Aufgabe fertig gemacht. Oh, das ist ja voll toll. Kaufen. Oh, ich habe es geschafft. Okay. Perfekt. Kommen Sie mit. Ja, ihr seht ihr, easy squeezy lemon peasy. Bye. Bis später. Tschüss.